Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Genshin Impact, letzte Folge haben wir die 8-Gon-Quest abgeschlossen und heute werden wir mit einen Aris-Quest machen, deswegen bin ich sehr gespannt auf was uns erwartet wie lange das überhaupt ist, weil manchmal haben wir eine Quest, die so eineinhalb Stunden ist oder haben wir so 2 Stunden oder fast 3, wie Jesus Quest, aber das war natürlich ein Hanger oder so natürlich war er etwas anders aufgebaut und so, aber ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, was es erwartet man sieht auch, ich stehe ein bisschen müde, hat einerseits wieder wie ganz Simeroes wieder direkt aufnehme allerdings, nachdem ich aufgestanden bin, jetzt etwas später wie sonst, also 10 Minuten aber später wie sonst, weil das war schon um halb 6, jedes Mal den anderen 2, jetzt bin ich bei viertel vor 6 erst einmal aufnähen, erst, äh, Figur wird gra- nicht euer Ernst, das heißt, ich kann jetzt wirklich nicht machen, weil, ein Charakter, oh Gott ok, dann kürzer Cut schon direkt, weil ich könnte diese Quest machen, damit ich, äh, äh, die eigentliche Quest des Videos kann spielen ich bin fertig, das war manch eine Minute, ich muss nur mit Katherin reden, und jetzt habe ich, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, hier verfügbar in Sumerro, warte, Missionen und warte, jetzt habe ich hier in Sumerro verfügbar, praktisch so, äh, habe ich hier so etwas besser, dass? ne, so, ok, also, Quill verfolgen, sprich mit Katherin in Sumerro, na, dann, Länge los. Contaminated. Contaminated? You mean... a new withering zone? I don't know about the specifics, but I hear that strange things are happening to people who cross through that region. The avidia forest inhabitants won't leave their homes so easily. If we allow this contaminated region to expand, the consequences could be unimaginable. That's why I want to ask you to investigate the situation. Even if all you can do is stop the contamination from spreading, that will still save many people. This is forest business. Hmm. Maybe Tainari will know something. Let's go find him! Okay. Let's see. Let's see. Okay. Let's see. Ich weiß, dass hier eine Quest ist. Die probiere ich aktuell, äh, natürlich alle zu machen und alles so. Ich habe auch äh gestern Abend noch, wo ich äh ein bisschen erkundet habe und äh auch versuchen auch Videos von Guides und alles. Hab ich noch einen Guide gefunden zu äh den ganzen Endokulissen, die raus sind. Ich weiß nicht, dass du heute machen kannst. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob ich heute Abend mache. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend machen möchte. Du bist so, wie du bist, Tainari? Ich weiß nicht, Tainari? Ich weiß nicht, wer du bist, Tainari? 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 Hm, das ist? ...s...spinning. Am I going to die? Tell Mom that I should've listened to her. And tell Suna that I'm sorry for breaking her toy. I didn't tell her because I was scared that she wouldn't play with me anymore. Tainari, I heard that people turn into birds after they die. Is that true? I feel like I'm getting lighter. What happened? Tainari, is he? Okay, okay, enough nonsense. You just have a small fever. Take your medication and rest. You'll be bouncing off the walls in no time. Really? Then can you keep the thing about the Toya secret for now? No can do. You're a big kid now. Once you've recovered, go and apologize. Keeping secrets to yourself won't solve anything. Aww. Hey, let me ask you something. I recall that you're usually pretty healthy. How did you get this sick all of a sudden? I don't know either. Mom's been telling me not to play in the forest. I just wanted to look inside. It's different from before. I got lost and went around in a huge circle. After I got out, I started feeling dizzy. Could it be? You leave me, Tainari, in the room. Mr. Forest Watcher, how is my son? I gave him some antipyretics. Let him rest here for a while. I told him that he would feel better after some medicine and rest, but I only said that to comfort him. His symptoms resemble a fever, but something else is causing them. They seem more akin to a disruption in his psyche. Antipyretics won't be of much use. What do we do? Mr. Forest Watcher, you have to help him. If memory serves, a plant called Vasanti grass can help soothe the mind. A small number grow in arid deserts. They usually look like shriveled weeds, but can be revitalized with a splash of water. They're expensive and unable to grow in the Avidya Forest's climate, so I don't have any on hand. I'll ask the caravans. Go find Kale, have her prepare medicinal tools, and a set of traveling gear for me. Contaminated region, huh? Is that why you two are also here? Yep. Is it a new withering zone? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions, or resultant effects, they're completely different. The only thing they have in common is that they aren't welcome. This nuisance made itself home in the Avidya Forest, so I can't turn a blind eye. We feel the same way. All right. Let's contact the caravans first and purchase some Vasanti grass. We can also ask about the contaminated region. There's no time to waste. We have to move quickly. Let's go. Okay. Hmm. Ich glaube, ich war sehr verdächtig. Äh, so da hinten oder so. Okay. Ich bin mal gespannt, was die Ursache für diese Verwölkung ist und alles. Sehr gespannt. So, kaufe Vasanti grass vom reisenden Händler. Servus, wie geht's denn? Ich bin gespannt. Entschuldigung, ich möchte ein paar Vasanti grass kaufen. Hast du noch? I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past few days. Closed? Now that's odd. It's my first time hearing you say something like that. It's a long story. Some of our goods were stolen recently. They were mechanical parts that we got from the academia. Although they're old models, they still fetch a good price on the market. Our caravans had to pull together Mora to afford those parts. Now that they've been lost, we'll likely come up short this trip. All the merchants talked it over and we decided to raise the prices of our remaining inventory. Until this plan takes effect, none of us can privately sell anything. I don't get it. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? Raising prices won't solve anything. At best, you're shoving the consequences of the robbery onto your customers. Mr. Forest Watcher, it's not that we don't want to. It's just the thief disappeared into the deepest parts of the forest. We asked around and apparently the forest has been very unusual as of late. Anyone who goes in experiences mental anomalies. We can't keep waiting out here for the thief to come out. All we could do is come up with another solution. So the bandit hid in the contaminated region after stealing those mechanical parts. How many people were there in total? Were they not affected by the contaminated region? That crook came from the contaminated region. As for how many, uh, there weren't any people. No people? Uh, even if I tell you, you might not believe me. Uh, fine. The thief that stole our parts was a huge, mechanical crab! What the heck? The Avidia Forest has creatures like that? Uh, to be honest, I'd rather not think about it. It moved too skillfully to be new at this. It came out of nowhere. Before we could react, it swiped our goods and ran away. We were all shocked. By the time we came to our senses, the thief was already long gone. I see. If we help you retrieve your stolen goods, then business will return to normal? Oh, but of course! Uh, not only that, but you'll become one of our caravan's VIPs on all future purchases of any... Enough. Tell me something that's actually useful. Any leads on that mechanical crab? Maybe one. After our goods were stolen, we specifically got someone to assess the situation. If you're interested, you can go and talk to them. Alright, we'll go and have a word. After the goods were stolen, I made multiple inquiries with nearby caravans and residents. It turns out that many others have also been robbed by that crooked crab. However, the crab only seems to be interested in machinery. It doesn't even bat an eye at other valuables. A caravan carrying a large amount of more had an uneventful trip, but another caravan had a child whose metal toy was taken. Whatever the case, that thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. Okay. Also konzentriert sich nur auf metallische Sachen. Damit kann man schon mal arbeiten. Ähm, schade. Mechanical crab is fast, strong and a pain to deal with. Ten of us might not even be able to take that thing head on. Didn't the academia ban research on mechanical lifeforms years ago? Where did that thing come from? Our salaries even got slashed because of it. Ugh. Who would have thought that that robber was only a human but a mechanical crab? This is rough. Okay, so long we could cut and all this, and even a dozen men could be able to get rid of it. Okay, so I'm very excited what we're doing. I heard from the caravaners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab, and it doesn't disturb our daily lives. It only shows up when the caravans are here, and it runs back to the contaminated region after it's done making a mess. You haven't tried capturing it? We have, but it's too agile and fast. However, we did unexpectedly learn something the last time we tried to capture it. It apparently lives in the deepest part of the forest, so instead of immediately moving it spoils, it first hides them nearby. Once its stash grows large enough, it moves everything in one go. So, you'll have to move fast if you want those goods back. How are things? Did you make any progress? We learned of its behavior, but much still remains unclear. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their given commands. If I were its owner, I'd command it to steal more valuable things. Or the mora you made. That would be the most efficient method. But it only goes after mechanical components. This doesn't make any sense. Right. It's really weird. So, you all found a way to retrieve our goods? Do you have any more mechanical parts with you? Yes, I still have a small bag of samples. They weren't taken since I keep them on me at all times. Oh, are you planning to... Under constant external conditions, organisms rarely initiate changes in their habits. Here's what we know so far. It has a mechanical composition, it lives in the contaminated region, and it comes out to steal mechanical components. If we have said components, we can lure it out, capture it, and then make observations for further conclusions. Hmm. Well, chatting like this won't get us anywhere. We're only wasting time. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back, the caravans will reward you generously. We don't need anything in return, but I'll be keeping this bag. I may have other uses for it later. We'll also need to borrow a Sumter Beast. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. Oh, yeah. No problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me to do whatever you need. I'll have to decline that offer. Anyway, we'll use the mechanical components and Sumter Beast to pose as a transiting caravan and lure out the crab. Once it appears, capture it. I leave the timing to you. Don't worry. We're professionals. Okay, also unlocken. Ähm, we're the best to go on the way, so that we are more confident. And then, we'll try this thing to fall. Okay. It's probably not going to happen, but we'll probably have a route to find, which we can follow, so that we can get it. I'm really excited about what this is and how it will look like. No, there's a box. There's a box. I can see it. I've already noticed. So. There we are. Looking at the trade routes and the contaminated region's current perimeter. The goods were likely stolen somewhere around here. Then let's get to it. We'll definitely capture that criminal crab. Okay. We'll start from here and have the Sumter Beast with the components on board lead the way. This Sumter Beast isn't familiar with us yet, so be calm and take your time with it. Okay. The Sumter Beast went ahead. Let's keep up with it. Dude. Muscle583 And now we're getting into it out of here, so be careful not even running. We're getting into it. But we're getting into it too. Here's a lot of money. Okay It looks strong be careful stabler okay, wir sind fündig geworden das schnell als ich gedacht habe Ok, dann kümmern wir uns um die mechanischen Kruste Das ist einer von diesen normalen Maschinen halt ein bisschen im Spezialdesign und so aber kein Problem ddddddddddddddd Ich kann das nicht mehr machen. so viele mechanische Parten! Hm, es scheint nicht möglich zu verstehen, komplexe Fragen zu verstehen. Schau an sie. Ich schaue die Umgebung für die Karavans Goods. Ich weiß nicht, warum du mechanische Parten schaust. Aber sie gehören nicht zu dir. Stolene Items müssen zu ihren rechtlichen Glaubens. Angelegenheiten? Sie kamen aus den Glauben der Kontaminerregion, nicht? Wie geht's uns mit etwas? Wenn Sie uns da kommen, ich gebe Ihnen ein paar Mechanische Parten als Reward. Sie reagieren! Wir können noch nicht sicher sein. Sie werden uns in der Kontaminerregion durchgeführt. Die Kontaminerregion durchgeführt werden. Sie werden uns in der Kontaminerregion durchgeführt. Okay! Sie sind in der Kontaminerregion recently, und ich habe eine Hypothesis von meiner eigenen. So, zu sein, Sie sind sicherlich sicherlich. Es wäre besser, es wäre gut zu haben, einen Guide zu führen. Sie werden es jetzt gut, Sie haben es jetzt. Um, Wait for us here. No running off. We'll be back soon. If you're still here when we return, I'll give you another mechanical part as a reward. Understood? I'm not sure. But our priorities are to retrieve the mechanical components and to purchase Vasanti grass to make medicine with. We should return. But before we do, we need to set up a few traps. Can't have that crab escaping. Okay, give it to the handle and the machine tool. Okay, that's funny. Okay, it understands our language. Also, not probably the whole language, but to a certain level. But weird. It's like a dog. I can say. So, a house here is exactly what it is. Oh! Oh! These are the mechanical parts that were stolen! You really got them back for us! Thank you all so very much. I don't know how I can repay you. Wait. Didn't you want to purchase Vasanti grass? Don't worry about the price. They're on the house. How many do you need? Two is enough. No, that won't do. Here, I'll throw in some Mora. No need. I've already received a reward from you. Reward? You mean that bag of mechanical parts? Ah, they aren't worth much compared to this merchandise. But those parts are very useful to me. Just like the Vasanti grass. I retrieved the things you needed. And you gave me what I needed in return. We're even. Oh, and before we go, just a reminder. The forest has an intricate and biodiverse ecosystem. Even if there were no mechanical crabs, other dangers are still present. Take caution on this route. Noted. Thank you all ever so much. Let's return to the village. The earlier we can give the child medicine, the sooner he'll start feeling better. Let's go. Look, I didn't hear what I heard, because I had to follow. I had to see the vertical. Oh, man, dude. Und jetzt leere ich die Nase noch. Ah, geil. So, also, hup-pala, hup. Und da wären wir. Ah, da ist Cola. Oh, hi there, Traveler in Paimon. Master, I prepared the pharmaceutical equipment. Do you need me to help the medicine? No need. A precise dosage is required this time, so I'll do it myself. Oh. Okay. But once I'm done, you can deliver the medication to the child. He gets a little nervous when I'm around for too long. I don't think he finds me very approachable. I'll go prepare the medication. Traveler, give me a hand. And how is he doing anything better? I feel like he's doing a lot better. And his temperature is returning to normal. That's wonderful. That's wonderful. Oh, yeah. He asked me to tell you that Suna came back earlier. And he told her everything about the toy. Suna didn't get mad, so he wanted to thank you. Uh, can I ask what happened? It's nothing. Did you prepare the traveling gear I asked you to? Of course I did. Are you going somewhere far away? Yes. We're going to the contaminated region. Judging by its size, we will likely have to stay overnight. I'm leaving everything to you while I'm gone. Huh? But I, uh, I can't even begin to compare to you. Many things are learned by doing. And once they've been done, you'll realize they weren't as difficult as you once thought they were. Deal with problems as you yourself see fit. You don't have to emulate me. That's right. You'll do great, Kale. All right. Then I'll do my best. Master, traveler, Haemon, take care of yourselves. We'll be all right. You'll understand the reason for this excursion once we arrive at the contaminated region. You put too much confidence in me. Anyway, like you said, things will likely be uneventful. Let's return and find that crab. Okay, let's go to the crab, if she's still there, of course. Of course, she was taken from someone else. Maybe she's still there. Or maybe she's still there. Maybe she's still there. She looks like she's just still around the tree. But she's... That's not good. She seems to be away. Or not. No, I think she's still there. Ja, jetzt ist der Versteiger. Oh, sie können sich in der kleine Kiste machen. Ja, jetzt ist der Versteiger. Sie haben unsere Versteigerung und warten hier bis wir zurück. Wie gesagt, ich werde dir eine andere Mechanische Partei geben. Es ist sicher, ich werde dir nicht eine andere, wenn du sie verlieren. Ich bin froh, dass du sicher bist. Wenn du mehr Mechanische Partei möchtest, gehen wir weiter in die Kontaminerregion. Ich will sehen, was da passiert. Was hat die Ovidya-Forest zu werden? Also, das ist die Kontaminerregion, die alle gesprochen haben. Oh, es sieht definitiv anders aus dem normalen. Es ist, wie... wirklich schrecklich und schrecklich. Wie ist das? Wie fühlst du das? Gut, es ist wie ich erwähnt. Elemental Power confers a degree of resistance gegen die Kontaminerregion's influence. Wie wissen Sie das? Ich habe nicht in die Kontaminerregion in der Kontaminerregion für eine propere Investition, aber ich habe schon ein paar Kontrollen Erfahrungen gemacht. Meine Überzeugungen während unserer Zeit hier haben nur meine Hypothesis gegeben. Look at diese Blumen. Wie sind sie anders aus normal? Das Blumen ist vor allem bekannt als die Sumeru Rose. Aber es ist auch die Leiline Lodestar. Sie sind sensitiv zu Leilines und emitent verschiedene Leiline in der Reaktion. Excessive brightness zeigt ein gefährlich level von Leiline activity in der ganzen Stadt. Von den Augen der Dinge sind die Leiline hier bereits aus Kontrollen. Sie sagen, die Kontaminerregion hier kommt von Leiline? Ich kann das jetzt nicht confirmieren, aber ich denke, das ist das Fall. Lass uns noch einen Blick auf die Seite und sehen, ob wir mehr Beispiele finden können. Sie wissen, wir haben noch nie gesehen von Leiline in der ganzen Zeit. Die Zähne verletzten sich sehr laut, und es gab viele Beispiele. Diese Kontaminerregion aktuell ist eine kritische Effluss von Leiline Energie, die wahrscheinlich die grundsache von den Patienten kognitivisten Einige Tiere haben die Sie haben in dieser des Von des Wenn Menschen leben unter Fixed-Conditionen, sie erreichen eine Art von... ...homeostasis mit der Umgebung. Das Equilibrium wird verletzt, wenn die Umgebung abrupte Umgebung verändert, um Menschen zu reagieren. Wenn die Umgebung in Temperaturen entsteht, dann wird die Umgebung automatisch verändern. However, die Einwanderung nicht adaptiert zu Veränderungen in Leiligen Energie, und so sie fallen. Dann warum sind wir okay? Ich bin nicht sicher warum Sie sind, aber sie und ich sind, weil unsere Elemental Capabilität uns zu adaptieren. Natürlich ist es nicht eine gute Idee zu spenden viel Zeit in Bereichen mit konzentriertem Leiligen Energie. Die einzige Einwanderung kann freiwillig ist wahrscheinlich die Mechanical Crab. Das ist es für die Untersuchung. Hilf mir, einen örtlichen Raum zu finden. Ich will etwas testen. Okay. Installiere das Reinigungsgerät, hoffen wir einmal, dass es klappt? Was ist das? I wouldn't mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluents, we'll need to tackle the source. That's right. Huh? The mechanical crab is acting a little strange. Something's approaching. So that's it. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left, are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. Huh. That's all of them. Or not. Hey! Where are you? Wait for us! Let's hurry and keep up! The mechanical crab went that way! Let's keep up! Help! 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 Was klingt da gesund? So, einmal das hier. Oh, eigentlich brauchst du mal nicht die Ulti von Ghani das hier rein. Ich denke, ich hab nur ein paar mal mit meinem Bow schießen. Der Bogen klärt hier. So und voila. Wir sind weit hinter dem Sketchup. So, was ist mit jedem passiert, Yaza? Uhh. Sieh! 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 Diese Ingenie sind superfischend. Sieh! Sieh! Du bist alle? Was ist das Mechanical-Monsters? Geh, wir haben ihn geholfen! Oh, gut. Hahaha, das ist gut. Es ist ein Monster! Hurry, attack it! How do I explain this? Krabby here isn't a bad guy. Sie hat ihn für Hilfe und hat uns hier zu retten. Es ist faking es. Es muss es sein! Vielleicht wird es mit den anderen Mechanical-Monstersen und töten mich! Sie wissen, was ist in der Herzen? Es ist alles... Es ist alles mit Mechanical-Monstersen! Ich bin hier einfach hier für die Herzen. Aber ich bin in der Kontamineren Regie und fast sterbe! Hm. Ich muss hier raus! Ah, ja, ja! Ich muss nachdenken! Sieh, ich bin hier drauf! Ich bin hier drauf! Sieh, ich bin hier drauf! Das Mechanical-Monstersen sind überhaupt nicht gut! Es wäre besser, wenn du sie weitest, weit weg von ihnen etwas zu bleiben! Er hat komplett verabschiedet den existen von mechanischen Lebensformen verabschieden. Diese Dinge sollten sich annihiert werden! Uhhh, bist du okay? Seine Sprache und Trämmen Schmerzen zeigen Psyche Disruption. Er hat sich in der Kontamineren Region zu lange. Wir haben die Leiline-Energie puriert. Segen Sie diesen Weg, und Sie bald sehen die Stadt. Ansonsten, jemand will ihn zu Kalei für Hilfe. Ich habe bereits eine Medikation vorbereitet, die ihn zurückgebracht werden. Hmm, so Sie denken Sie haben eine gute Arbeit gemacht und wollen Sie als Ihre Rewards? Es ist so schwer zu verstehen! Okay, egal was Sie denken, Sie haben etwas wirklich gut gemacht. Das ist so, dass ich Ihnen eine andere Mechanische Part habe. Nehmen Sie eine Hilfe mit es? Ich glaube nicht. Also, sicher zu halten. Was war in Ihren Gehirn, wenn er dich hat? Ich denke. Du bist wie ein gigant, Mechanical-Krab auf der Seite, und ein Fluffy-Litte-Hammster auf der Seite. Und auch, wie fühlst du mit der Person zu sagen, dass du so schweig als die anderen Mechanischen Lebensformen bist? Okay, es definitiv nicht versteht Sie. Es scheint, dass es unverstanden ist, nur um die Dinge zu tun, um die Mechanischen Komponenten zu machen. um die anderen Teilen zu bekommen. Das ist wahrscheinlich das ihre Gedankenprozess. Und warum es, oder eher seine Anführer, so viele Komponenten zu sammeln? Ich bin nicht sicher. Es ist sehr late. Also, lass uns das Camp für die Nacht einstellen. Wir werden morgen später weiterentwickeln. Nach einer Nachts Rest. Okay, dann gehen wir mal. Und... Oh da. Okay. Also, setz mich ins Camp. Das ist perfekt für eine große Tent. Wir können auch ein Kuchen-Pot und machen viele leitungsmittel. Wir können auch ein Kuchen-Pot und machen viele leitungsmittel. Die Raunen sind sehr frisch. Sie sollten immer vorsichtig sein, wenn die Nacht in dampen Pläne zu spenden. Für die nächsten Aufgaben, wir dividieren und konkurren. Ich setze die Tent, Sie werden in der Arbeit machen, und Paimon wird für die Zwiebeln vorgelegt. Leave it to Paimon! Paimon ist ein Pro. Ich bin nicht so viel erwartet. Juste machen Sie. Das ist richtig. Sie können sich die Räunen zu starten in den Wildern. Ihre Piths sind relativ schräg und können sehr gut sein. Die Grunde ist, dass sie viel smoke produzieren. Traveller, Tainari! Paimon konnte nicht mehr essen. Paimon wusste nicht, dass die Raunen so viele interessante Zwiebeln hatte, bis wir hierher kamen. Sie waren all sorts of weird-looking mushrooms, aber Paimon wusste nicht, welche Zwiebeln waren. Paimon also sah wild berries auf dem Boden. Und Paimon was gonna fly over und pick them up, aber die Zwiebeln auf dem Topen plötzlich starten moving. Es freut Paimon aus! Das waren wahrscheinlich Zwiebeln Butterflies. Sie verraten die Zwiebeln aus. Sie verraten die Zwiebeln aus. Sie verraten die Zwiebeln aus. Sie verraten dich für ein Blatt als du überflogenst. Sie verraten die Zwiebeln. Sie verraten die Zwiebeln. Sie wissen, dass Sie mehr Angst haben als sie waren. Sie verraten die Zwiebeln. Die Zwiebeln ist auf. Die Zwiebeln sind, also Sie zwei, gehen Sie zu resten. Ich füge für Essen. Oh, Sie haben schon etwas gefunden. Sie verraten die Zwiebeln. Sie verraten die Zwiebeln? Sie wollen die Zwiebeln wieder. Sie haben keine Zwiebeln mit den Zwiebeln. Sie verraten die Zwiebeln. Das Tagesabend war kein wichtiges Ergebnis. Wenn jede kleine Sache in eine Zwiebeln resultiert, dann könnte sie an sich an den System zu verraten. Ich zeige kleine Sachen wie diese und werde einer Zwiebeln zur Zwiebeln. Ahem, das ist eine Grund. Es sieht wirklich schrecklich aus. Nach einem weiteren Gedanken, es könnte ein bisschen wunderschöne Verständnis sein, wenn ich es nicht etwas geben kann. Okay, hier ist ein anderes für Sie. Ich bin auf dem Essen vorbereitet. Wir werden mit dem Essen vorbereitet. Wir werden mit dem Essen vorbereitet. Wir können Sie beide schlafen erst mal. Ich werde Sie später wundern. Wir brauchen die Schrauben? Ja. Selbst wenn die meisten Tiere verletten, wegen der Lehlins, wir können nicht komplett verletzen. Es ist geschlossen. Ich werde ein paar Pest-Repelling-Devices damit die Insektoren nicht zu kommen, in den Tenten. Tschüss. Nicht zu gut, aber... Okay. Geh in Salenthodisch aus. Ausruhen. Unser Paimon's Gelaber schläfst du eh allmähnisch ein. Geh in Salenthodisch aus. Speaking of which, have you seen the crab? It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. So you can tell. My suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. A leyline effluents of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the leylines. Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical lifeform research for years, so the origin of these creatures is very suspect. Topics related to mechanical lifeforms were popular in the Spantama for a time. Some of my juniors had also thrown themselves into such research. They proposed an intriguing idea. Use our knowledge to create a new and practical lifeform that could help humanity conquer nature. However, no matter which modules or parts are installed, a machine is innately a construct that receives and executes commands. They can never possess self-awareness like us or other living organisms. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological lifeforms, zealous researchers performed unregulated vivisections and other absurdly cruel experiments on animals. Research on mechanical lifeforms was thus banned. The irony is that the researchers became even more impetuous afterward. Who knows? Maybe this subject will be unbanned in a few years. Hmm. That's a difficult question to answer. I'm interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. It's just my personal opinion. My ancestors and the Veluka Shuna of the desert coexisted together and supported one another. The blood of my people were born from this symbiotic relationship. So to me, all life is important. To understand life, you must first respect it. Life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of contention I have with some researchers, and why I left the academia. By placing yourself above other lifeforms, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure intentions? Really? Well, I'm glad to hear it. Coffee? Did you prepare this for us? All right. All right. Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. You're not planning on using it. Many of your own parts are critically degraded, and you're running low on power. All right. Suit yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go to sleep. Leave it with her. The night watch is yours. Stay safe. The night watch is yours.